Hallo und herzlich willkommen. Heute spielen wir wieder Phasmophobia. Optionale Ziele. Entdecken Sie um welche Art von Geist es sich handelt. Machen Sie ein Foto vom Geist. Stellen Sie die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungssensors fest. Finden Sie einen Raum unter 10 Grad Celsius. Und der Geist heißt Susan Thomas. Die Susan ist schon wieder. So da da. Thermometer. Nehmen wir mal. Probieren Sie die Taschenlampe. Nehmen wir die Taschenlampe. Und. Ah nehmen wir die. So. Los geht's. Statten wir das Susanamala an Besuch ab. Die schmutzige Susan. Susan. Bist du hier? Darf ich mir deine Pumps ausbohren? Oh. Garten. Aspekt. Wo geht's da entlang? Oh. Ankleiderzimmer. Waren das nicht dieselben Schuhe? Wieso kauft man sich zweimal dieselben Schuhe? Wieso kauft man sich zweimal dieselben Schuhe? Wieso kauft man sich zweimal dieselben Schuhe? Ähm. Ich frag lieber nicht. Da ist keine Sau. Oh die eingelegten Kirschen schon lecker aus. Sind das Gurken? Die Pilze schon ein bisschen komisch aus. Ich glaub das sind eingelegte Eier oder Kartoffeln? Da ist nix. Hm. Ich glaub da vorne. Einmal den Schlüssel. Ich glaub da hab ich schon ein Knochen gesehen. Und ja da hab ich ein Knochen gesehen. Keine kaküle Temperatur. Warum hat jemand eine Schneiderpuppe in der Garage? Oh geiles Plakat. Meine Garage, meine Regeln. Sehe ich genauso. Deine Garage, deine Regeln. Du machst sie sauber. Ich putz da nix. Na wo ist denn die schmutzige Susan? Die versaute Susan. Hast du hier ein Sex Dungeon? Okay. Da ist schon wieder Schneiderpuppe. Das erinnert mich an das eine komische... nicht Visage. Visage heißt das nicht. Ich weiß jetzt nicht welches das war. Horror Game. Das eine Horror Game. Irgendein Horror Game. Okay da ist nix. Da mach ich lieber zu. Ich wetter mir dies oben. Ich hoffe das ist kein Kind. Kein Geist. Kein Kindergeist. Oh kühl, kühl. Da wirds kühler. Okay. Okay. Okay, das ist auch kalt. Okay, die Kretter im Gang aneinander. Okay, die Kretter aneinander. Die ist im Gang. Okay. Ich packe mal das her. Okay, nein, die ist im Gang. Die ist eindeutig da im Gang irgendwo. So. Ich mach mal das her. Wui. 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 Ein Bücherle. Ein Kammerle. Und... Ich hätte die... Wurscht. Ah, die hol ich so rein. Lalalala. Run, Baby, run. Run, Baby, run. Ach man. Da geht eine Schnecke schneller. So. Wui. 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 Dann, die dann. Ten hours later. So. Geile Taschenlampe. Susan, willst du meine Freundin sein? Schreib ihnen ein Freundschaftsbuch. Schreib ins Buch, sonst sind wir keine Freunde mehr. Oh, 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 oh. Level 10? ist das ein Level 10? Das schaut Level 10 aus. Ein 10er. Brauchen wir Salz. Bewegungssensor. Das ist der. Warte, Salz. Salz. Nö. Zwei Bewegungssensor. Und... Nein. Okay, ein Bewegungssensor. Nein, zwei Bewegungssensor. Wetten wir, wenn ich jetzt reingehe, genau das wollte ich gerade sagen. Geht das Licht aus. Genau das wollte ich sagen. Wetten wir, es geht das Licht aus. Ja. Das war im Keller. Ihr haust diese Tür. Ich hasse diese Tür zum Keller. Das war, glaube ich, links. Ja, links war es. Ha. Drehen wir mal da das Licht aus. Das UV-Licht strahlt da durch. Ah, ein Fehler. Da haben wir wohl einen Fehler gefunden. Da haben wir mal den Bewegungssensor hin. Und... Da haben wir den Bewegungssensor hin. Wieso schreibst du nicht in mein Buch? Ich habe doch auch in dein Buch geschrieben. Blöde Kuh. Bist nicht mehr meine Freundin. Ich suche mir einen anderen Geist als Freund. Da ist ja sogar Casper cooler als du. Casper, the friendly ghost. Da 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 da. Also, Gefriertemperaturen sehe ich einfach nicht. Okay. Unter 10 Grad haben wir wenigstens erledigt. Aber Gefriertemperaturen sind es keine. Hm. Also, kein Mare. Kein Juray. Juray, Mare. Und da gibt es noch einen Phantom. Weil die haben ja alle Gefriertemperaturen. So, jetzt nehmen wir Salz. 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 Noch eine Kamera. Oh, warte. Sanity, 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 Sanity. Naja. Du hast ganz schön an mir herumgelutscht. Lutschst du mir das Hirn weg? Lutschst du gerne an Leuten herum? Warte, das muss ich drinnen sagen. Auf einmal. Jagt sie mich. Ah, das wird gut. So. Einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Da. Ich müll dein Haus zu. Wurscht. Ähm. Das war keine gute Idee. So, ich habe einfach die Kamera so mitgenommen. Ohne Stativ. Oh. Das war ja wieder höchst intelligent von mir. Vielleicht eher mehr so in der Mitte. Ja. Ich gehe schon. Ich gehe schon. Ich gehe schon. Schmeiß das mal da her. Da. Zufrieden. Drühe das Licht ab. Da. Lass dich alleine. Sei zufrieden. Blöde Kuh. Ich hoffe, sie regiert auch auf, blöde Kuh. Oh, weil sie sein Zehner aufschlackt. Mensch. 74. 74 hat nicht. Anhand eines Bewegungssensors. Hat noch nicht funktioniert. Hab ich das Licht da vergessen? Glaube ich. Kein Geisterorb. Kein Geisterorb. Schaut gut aus die Kamera. Das sieht doch nicht nach Geisterorb aus. Hm. Könnte ein Bewegungssensor reinpacken. Ob die Alte überhaupt was macht. Und nochmal Salz. Oder sollte ich... Salz weg. EMFer. Den EMF. Den guten alten EMFler. Auf der Feynman-Skala. Die Feynman-Skala ist die beste Skala, was es gibt. So. Gehen wir der Tussi mal auf den Sack. Habe ich da gerade ein Radio? Der Radio ist es nicht. Das ist hier. Kann das jetzt ein Gefrieratem oder spinn ich? Was ist mal da her? Habe ich nicht noch irgendwas eingepackt? Ja. Schon mal. So. Wo kommt ihr? hier? Susan? Bist du hier? Susan? Susi Pusi? Okay. Ja. Sie ist hier. Gefrieratem. Yay. Das ist der Raum. Du bist in Wirklichkeit hier. Bist du hier? Ja. Das schaut gut aus. Das machen wir mal so. Vielleicht die eine Kamera dreck. Oder sie gerade nur da umeinander. Warte ich. Ah. So. Du hast eine Axt. Schön. Toll. Und ich habe keine fucking Kamera dabei. Pusch. Weg. Kusch. Böses Mädchen. Das ist aber nur ein Vierer. 3er EMF. Das ist nur ein 3er EMF. Böse. Das ist nur ein Vierer. Böses Mädchen. oikein. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war jetzt ein Zehner. Leck mich doch. Alter, jedes Mal hab ich keine Kamera mit. Wenn ein Geist da ist. Das gibt es nicht. Oh. Zehner Level. Zehner Level. Oh, 38. Bist du deppert. 38. Bewegungssensor. Okay. Temperaturen. Unter 10 Grad Celsius. Oh. Gefriert Temperaturen waren in einem Raum auf jeden Fall drinnen. Gefriert Temperaturen. Das heißt. Gespenst, Phantom, Benji, Mare, Dämon, Jurei. Jurei haben einfach stark. Okay. Das könnte Jurei sein. Warte, schau mal gleich. Geisterbubel. Ich will ein Geisterorb. Mal eine andere Kamera. Ja. Geisterorb. Könnte ein Jurei sein. Geisterorb. Phantom, Mare, Jurei. Ja. Jurei handt nicht so schnell, oder? Sondern. Mare. Wenn sie in den Raum das Jurei ausräuchen, wird er längere Zeit seine... Okay. Ich könnte ausräuchern gehen. Geisterbox. Ich gehe mal räuchern. Ich glaube, ich werde mal räuchern gehen. Phantom. Senkt ihr den Stab... Aha. Das war aber kein EMF Level 5. Das war ein EMF Level 4 nur. Es hat nur 4er angezeigt. Geisterbox. Buch. Wenn sie ins Buch... Sieht man da was? Ob sie ins Buch geschrieben wurde? Ah, das habe ich ja aufs Bett gelegt, glaube ich. Aber wenigstens der EMF-Reader. Geht rauf, runter, rauf, runter. Ich hau mir mal ein paar Pillen rein. Danks, Dr. Steinman. Dein Freund und Helfer. Gegen alle Problemchen gibt es eine Pille, sagt er. Ja, gegen alle. Gegen jedes Problemchen gibt es eine Pille. Geht man ausräuchern? Wünscht es mir Glück? 80% ob ich das überlebe? Vielleicht hat er mich geahntet. Ist es vielleicht ein Jurei? Aber ich habe das Phantom angesehen und dann hatte ich... Vielleicht ist es ein Phantom. Dann hilft Ausräuchern nicht. Dann bin ich am Arsch. Auf jeden Fall muss ich in den Keller mal das Licht aufdrehen. Ah, was sagt die Skala? Upstairs. Hallway. Er geht auch runter. Ja, aber in den Raum auch in einem. Hm. Ich habe gerade die Teppmache von drunter. Was sagt der Bewegungssentwahr? Nix. Nix sagt der Bewegungssentwahr. Alter, ich habe es überlegt. Machen Sie ein Foto vom Geist. Kacke. So ein Scheiß. Ganz leicht drauf runter. Ganz leicht drauf runter geht es. Auf jeden Fall in den Raum ist er. Okay, ich gehe rein. Wenn ich es überlebe, Leute. Sagt es meiner Familie. Ich habe sie lieb. Sagt es ihnen. Ich habe sie lieb. Meine Familie ist ein Mare. Normalerweise ist das sehr aktiv. Wenn es schnell runter geht. Schnell, 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 schnell. Licht, Licht, Licht. Licht, Licht, Licht. Ich mache dringend Licht. Dringend Licht. Dringend Licht. Da hat überall das Licht abgedreht. Das ist gefährlich. Wenn es ein Mare ist, scheiße. Ohne Licht bin ich im Arsch. Wenn Mare ist stärker, wenn es... Ich mache sie mit mir. Okay. Okay, es ist ein Jurei, glaube ich. Es ist ein Jurei. Es ist ein Jurei. Zünde ich mir gleich eine Zigarre an. Das habe ich mal verdient. Und dann nach Mäckis. Zu Mäckis fahren. Yep, es ist ein Jurei. Meine erste Vermutung war richtig, oder? Warte, mein Geisterbuch muss ich jetzt noch eingeben. Geisterbuch. Geisterbuch. Jurei senkt stark den Verstand. Es war ein Jurei. So. Jetzt noch einmal ein Tablettchen mitnehmen. Kamerachen. So, machen sie ein Foto vom Geist. So. Die sah aber nicht wie eine Susan aus. Eher wie ein Thomas. Und nicht. Vielleicht ist es andersrum. Vielleicht heißt er Thomas. Unser Nachname ist Susan. Das wäre ein schräger Name. Ja. Schleichen wir uns rein. Da trug mich schon wieder die Kamera weg. Und Bilderrahmen runtergeworfen. Oder ist das das Buch? Die Aktivität steigt wieder. Soll ich noch vor ein Tablettchen nehmen? Ich packe die ein. Gehen wir mal Susan am Arsch. Oh, sie tut schon wieder die Lichter abdrehen. Sie hat schon wieder irgendwo das Licht abgedreht. Ich gehe glaube ich auf den Sack. Oder? Nein. An, aus. Irgendwas wird sie gemacht haben. Irgendwas wird sie schon gemacht haben. Ich finde nie. Ah, da ist es. So. Kriege ich das nie hin? Nehmen wir mal die andere Kamera. Dann habe ich fünf Fotos zur Verfügung. Und nein, ich bin kein Schisser. Voll nicht. Nein, ich spiele nur alleine. Nein, spiele ich nicht. Nicht nur alleine. Aber jetzt gerade spiele ich. Sieht immer... Ist das ein Fehler? Oder ich weiß es nicht. Sieht immer aus, als würde jemand das Licht ausschalten. Nein, das ist ein Fehler. Okay. Das ist ein Programmierfehler. Susan, bist du hier? Zeig dich! Zeige dich, Susan! Sonst kacke ich dir ins Waschbecken! Oder klau dir deine Sneakers! Oh, das hat funktioniert. Mit die Klaude deines Sneakers. Zeig dich, Susan! Zeig dich! Zeige dich! Zeige dich! Zeige dich! Zeig mir deinen Arsch! Du alte Schachtel! Alte Schachtel! Komm schon! Biete mir was! Ich höre, damit zeigt sich nicht mehr. Wer glaubt, ich sterbe, Hände hoch! Ich! Weil ich unbedingt ein Foto von dem Kackegeist haben will. Was war das jetzt? Susan Thomas! Zeige dich! Bist du in diesem hässlichen Raum abgekratzt? Mit diesen Sneakers an! Willst du vielleicht noch einen Joint? Ich bringe dir noch einen! Bis zum nächsten Mal hat der eine nicht geholfen! Ich habe noch einen zweiten! Glaube ich! Susan! Mit dem Mega-Busen! Ach, Kacke! Geh, mir reicht's! Fick dich doch! Jetzt kannst du mich mal! Oh! Ganz schön gelutscht! Du lutscht wohl gerne, oder? An anderen fremden Gehirnen! Und Geister-Warp! Jetzt könnte ich was! Ach, schatz, taff! Gehen wir nochmal rein! Soll ich nochmal reingehen? Ja, gehen wir nochmal rein! Jetzt ist es so schön aktiv! Ich werde sowas von sterben, ich werde sowas von sterben, ich werde sowas von sterben! Kohle habe ich immer als genug! Ich habe kein Trick gesetzt! Ich habe keinen Atem hier! Ich habe keinen Trick gesetzt! hier. Zeige deine hässliche Fratze. Oder dein Arsch genügt mir schon. Wenn es geht, nicht komplett nackt, du alte Schachtel. Alles will ich nicht sehen. Ich klaue dir deine Sneakers. Susan Thomas! Blöde Kuh! Miststück! Alte Schachtel! Ich habe Angst! Ich klaue dir noch den zweiten Schuh. Glaube mir! Wo ist sie? Warte, wo ist sie? Darf ich die Tür hören? Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie irgendwo. Wo ist sie? Warte, ist sie da? Susan, zeige dich! Zeige dich! Bleib im Türraum, muss ich wegrennen. Susan! Susan! Zeig dich! Susan Thomas! Zeig dich! Alte Schabracke! Altes Schlachtschiff! Ach, mir reicht's. Ich gehe. vielleicht ist sie unten bei den Treppen irgendwo. Da. Ich gehe. Und habe einen Sneaker als Andenken. Yay! Wieder ein Teil von meiner Sneaker-Sammlung. Wupp, wupp! Jetzt kommt er nur in die Trine. Oh, der Schniffelzug. Hm. Nach Altweiberfüßen. Jam, jam. Lecker. So, tschüssi, blöde Kuh. So. Mama, Jurei. So, gehen wir. Das wird mir angewöhnen, beim zweiten Mal eine Tänke die Kamera mitzunehmen. Ständig passiert mir das. Ich werde nicht schlau draus. Wuhu! 175! Jurei, das war Profi. Yay! Yay! Geschafft! Aha, aha. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi, tschaui, bis zum nächsten Mal.